Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf TimLP zu einer weiteren Folge meines LS22 Oldtimer 0 Euro Projektes. Mein LS22 Oldtimer 0 Euro Projekt spielt auf der Karte Niemandsland und wie der Name schon sagt, gibt es hier nicht ganz so viel. Eigentlich gar nichts, außer eine Verkaufsstelle und einen Shop. Ich habe gestartet mit nur einer Kettensäge, 0 Euro und einem Stück Land, wo ein Wald drauf steht. Ganz am Anfang habe ich Baumstämme gesägt und diese Baumstämme kurz und klein gemacht und diese per Hand zur Verkaufsstelle getragen, um mir so Geld zu verdienen. Und so arbeiten wir uns peu a peu voran. Seid gespannt, verfolgt dieses Projekt und seid gespannt, was es noch für weitere Produktionen gibt. Wir versuchen unser Business immer größer aufzubauen, unseren Hof immer zu vergrößern und ganz wichtig, ganz viele schöne Oldtimer Mods zu kaufen und auch mit diesem Oldtimer Mods diesen Hof zu betreiben. Also seid gespannt, lasst einen Daumen da, Kommentare sind immer gern gesehen und wer es nicht getan hat, kann sehr gerne kostenfrei diesen Kanal abonnieren. Ja, es geht weiter mit dem Verladen von unseren Erzeugnissen hier hinten aus den Gewächshäusern. Das heißt, letztes Mal haben wir die Blumen verladen mit unserem neuen Schäffer 2033 Hoflader. Das hat auch gut funktioniert. Ich bin die längst mit der Palettengabel drunter gegangen und habe die aufgeladen. Dann wollte ich das gleiche mit den Champignons, mit den Pilzen machen. Das ging aber nicht, weil Gewichtskraft mal Hebelarm gleich Lala kippt. So, ja. Und dann habt ihr fleißig in die Kommentare geschrieben, danke nochmal dafür, dass ich die doch quer nehmen soll. Ja, das hätte ich machen können. Ich wollte sie aber so längs aufladen, längs, quasi längs unter die Palette gehen und seitlich aufladen. Ähm, hatte ich vor und ich hätte die natürlich auch quer nehmen können. Dann wäre der Schwerpunkt näher am Lader, das ist ganz klar. Aber ich finde, so einen Lader muss man ja auch universal einsetzen. Das heißt, man sollte es längs hochnehmen können, die Paletten, so wie quer. Jetzt habe ich mir Gedanken um Gewichte gemacht und ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben. Ich kann es einmal zeigen. Dann habe ich hier offline dieses Porsche-Gewicht gekauft. Das sieht super aus an dem Schäffer. Erfüllt aber nicht den Zweck, weil, machen wir uns nichts vor, lass das mal 100 Kilo sein. Das reicht nicht. Äh, ich lasse das aber hier liegen, weil es ein schönes kleines Gewicht. Kann man immer mal gebrauchen und vielleicht kommt mal irgendwann ein Porsche-Traktor hier ins Projekt. Und es nimmt ja keinen Platz weg. Also lassen wir es hier. So, dann habe ich ein Gewicht gefunden. Es ist gar nicht so einfach, Gewichte zu finden, die nur über die Anhängerkupplung zu montieren sind. Die meisten haben ja so eine Dreipunkt-Aufnahme, was ja auch Sinn ergibt. Jetzt habe ich ein Gewicht gefunden. Ich sage mal so, ihr werdet mich gleich bestimmt für verrückt halten und auslachen. Ich muss auch hart lachen, wo ich dieses Gewicht gekauft habe und angekoppelt habe. Es funktioniert. Der Lader wird nicht mehr umkippen. Das dafür kann ich nicht garantieren. Aber die Vorderachse ist hier ziemlich leicht, wenn ich das Gewicht dran habe. Ich habe den Lader extra so gestellt, dass ihr es nicht direkt seht. Aber es funktioniert. Es funktioniert, aber es sieht total bescheuert aus. Ist auch eher unrealistisch, das so an den Lader dran zu machen. Aber hat noch den Vorteil, wir können es auch für die Traktoren nehmen. Ja, und zwar hier habe ich einen Mot-Hub gefunden. Ich hatte erst sogar noch 750 Kilo. Dann war die Vorderachse in der Luft und jetzt geht das. Ihr werdet jetzt sagen, Tim, du hast einen an der Waffel und ja, habe ich. Habe ich. In dem Fall muss ich sagen, ja. Also das Gewicht sorgt dafür, dass wir die Paletten so nehmen können mit der Palettengabel, wie wir das auch immer machen wollen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und wie gesagt, es hat den Vorteil, dass wir dieses Gewicht auch für die Traktoren nutzen können. Aber machen wir uns nichts vor. So ein 500 Kilo Gewicht der Baugröße so hier drüber verbunden zu haben. Das würde man so nicht machen. Das würde man so nicht machen. Aber es funktioniert hier und deswegen machen wir das auch. Und das sieht aber richtig bescheuert aus. Das sieht richtig bescheuert aus, aber muss nicht gut aussehen. Muss funktionieren. So ist das. Also nicht immer, aber in dem Fall. Ich muss mir richtig das Lachen verkneifen. Aber wie gesagt, es funktioniert. Hier, Test. Ich kann den wirklich ganz längs nehmen. Gut, ich habe jetzt voll eingeschlagen. Aber man sieht auch hier, will er hinten ein klein bisschen hoch gehen, aber es funktioniert. Also ich muss nur gucken, dass wenn ich das Gewicht hier so vorne habe und einschlage, so am langen Arm habe und einschlage, dass wir nicht umkippen. Ich mache aber erstmal hiervon ein Screenshot. Das sieht schon schön bescheuert aus. So ist es nicht. Aber wie gesagt, es funktioniert und hat den Vorteil, wir können das Gewicht auch für Schlepper nutzen. Deswegen würde ich das so lassen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz so realistisch ist, was ich hier mache. Aber ich wollte gerade sagen, es funktioniert. Ja, ich hätte die auch natürlich quer nehmen können. Wurde auch in den Kommentaren geschrieben. Hinten aufmachen und dann durchschieben. Das hätte man alles machen können. Aber wie gesagt, wenn ich schon Lade habe, dann möchte ich den auch sehr universell einsetzen können. Und machen wir uns nichts vor. Es hätte wahrscheinlich auch andere Gewichte gegeben, die da besser ausgesehen hätten. Oder besser aussehen würden. Und vielleicht werde ich das irgendwann nochmal austauschen. Aber es funktioniert. Ja, und ich werde das auch nicht immer am Lader dran haben. Nur wenn ich die Paletten so stapeln will, wie ich sie jetzt stapel. Aber die Palette habe ich jetzt richtig doof aufgenommen. Da muss ich nochmal drunter fahren. Aber man merkt natürlich, wenn man, das sieht auch sehr bescheuert aus, wie ich das hier mache. Aber man merkt, wenn ich das Gewicht hinten dran habe, bin ich natürlich, habe ich natürlich kein Gewicht auf der Vorderachse. Das ist ganz klar. Und deswegen lässt er sich auch so ein bisschen schon schwieriger manövrieren. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so trainiert, was Laderfahren angeht. Vor allen Dingen mit der Knicklenkung ist natürlich das auch gewöhnungsbedürftig, wenn man das noch nie so wirklich vorher gemacht hat. Aber guckt es euch an. Guckt es euch an. Das will ich aber mal gesagt haben. Hier. Kein Spalt. Man muss sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde den 2033 ist kein Oldtimer, der Lader. Aber ich finde, der passt super bei uns auf den Hof. Der passt wirklich super bei uns auf den Hof. Und ich denke, wenn ich es ein bisschen raus habe, damit zu fahren, dann wird das auch wesentlich schneller gehen. Ich glaube, es geht jetzt schon schneller, als wenn ich das mit einem Traktor und einem Frontlader mache. Also, ja. In der letzten Folge für alle, die nicht dabei waren, haben wir nicht nur den Lader hier gekauft, sondern haben auch schon wieder ein bisschen was verkauft. Wie gesagt, die Blumen. Und wir haben hinten nochmal ein weiteres Gewächshaus für Blumen hingestellt und ein weiteres Gewächshaus für Pilze. Weil ich gemerkt habe, wie viel Geld das bringt. Also, das reicht jetzt auch erstmal an Gewächshäusern, aber die bringen viel Geld. Und ich finde, das Aufladen und Verkaufen macht Spaß. Und der Aufwand hält sich echt in Grenzen. Ich könnte sogar, aber nee, das würde nicht klappen wahrscheinlich. Zwei Paletten übereinander packen und da auf den Anhänger heben. Ich glaube, da würde das Gewicht tatsächlich dann auch an die Grenzen kommen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich den Lader mal auf die Seite gelegt habe. Ich meine, im Real Life so einen Lader auf die Seite legen, der gehört nicht viel zu. Ja, doch, das funktioniert doch, Leute. Aber das sieht so bescheuert aus. Das sieht aus, als hätte der es auf gut Deutsch, der Lader einen richtig dicken Arsch. So, dann die letzte Palette und dann bringt das schon wieder ordentlich Kohle. Nächste Anschaffung habe ich mir auch schon überlegt. Produktion haben wir jetzt wieder zwei geholt mit den Gewächshäusern. Ich habe eine spezielle Produktion, das sage ich schon, die letzten Folgen, die ich mir rausgesucht habe, die ich noch ganz gerne hätte. Die es auch geben wird hier in dem Projekt. Aber vorher kaufen wir ein Unimog U401 mit einer Ausführung, dass wir auch ein bisschen Saatgut und sowas damit abtransportieren können. Also ein bisschen höher als normal. Also eine flache Pritsche kommt da quasi drauf, aber mit Seitenwänden. Aber ihr werdet das noch sehen, wie ich das geplant habe. So, den können wir mal nach hinten fahren und das Gewicht stelle ich aber auf jeden Fall gleich an der Seite. Wie gesagt, ohne Gewicht fährt er sich besser, weil man mehr Gewicht auf der Vorderachse hat. Ja. Aber so langsam wird die Halle auch da ein bisschen kleiner. Ich will jetzt auch nicht die Sachen so da reinpacken, dass man immer zuerst alles rausfahren muss, um an hinten stehende Sachen ranzukommen. Obwohl, ja, da haben wir noch ein bisschen Platz. Da haben wir noch Platz. Das Gewicht kriege ich das. Oh, das Gewicht ist schon ziemlich groß, ne. Aber das kriege ich hier noch zwischen wahrscheinlich. Ich versuche das mal hier. Hier dann absetzen. Kann ich ja nicht, weil das ist ja eine starre Verbindung hinten. Das muss fallen. Und den Lader fahre ich mal nach hinten. Den fahre ich hier hinter den Unimog. Oh, perfekt. Habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja auch dann für den Unimog hier noch diesen Unimog Anhänger. So, den Lader haben wir abgestellt. Schön. Und jetzt hole ich den Deutz. Wo habe ich denn den Deutz? Steht da vorne? Ja, ich meine schon. Ach, der hängt ja direkt davor. Meine Güte. So, jetzt mal eben Ladungssicherung betreiben. Den haben wir schon. Haben wir. Und hier hinten noch einen. Können wir da noch einen? Ja. Und die Klappe zu. Eventuell hole ich mir nochmal einen von den Anhängern. Weil die finde ich wirklich ganz gut. Hier, wie gesagt, die Auflösung. Die Struktur können ein bisschen detailreicher sein. Aber sonst finde ich den richtig gut. Und so, jetzt wird wieder Kohle gemacht. So, vielleicht mache ich auch gleich noch ein Thumbnail von dem Traktor mit dem vollen Anhänger. Ja, das mache ich mal so. Ich habe nämlich eventuell eine Idee. Aber ich gucke immer erst im Nachhinein in der Bearbeitung, welches Bild ich dann nehme. So. Haben wir. Und weiter geht's. Ich habe mal geguckt. Klar, wenn ich das aufnehme, ich kann es nur mit 60 Bildern die Sekunde aufnehmen. Also ich selber zocke gerade mit 145. Und die Aufnahme 60 Bilder die Sekunde. Ja. Kann man leider nicht mehr bei YouTube machen. Aber geht schon. Ist schon okay. Aber wenn ich zocke, auf vollen Einstellungen. Ich habe die ganze Zeit 145 FPS. Also zumindest hier in dem Spielstand. Aber richtig gut. Richtig, richtig gut. So. 19.400 Euro haben wir. Jetzt kommt der Geldsegen. Jetzt müssen wir die Spanngurze losmachen. Das ist auch ein bisschen komisch hier. Nochmal ein bisschen zurückfahren. Vorfahren. Zurückfahren. Wieso nimmt der jetzt nicht diese Pilze hier? Hallo? Ich gehe vielleicht nochmal hier hin. Das ist sehr merkwürdig. Normalerweise, klar, war immer schon so verbuggt, dass die da in der Luft stand, hier in dem Spielstand. Aber normalerweise hat er die genommen dann zum Verkauf. Das gibt es doch gar nicht. Also jetzt. Und ich habe die Physik das letzte Mal noch so gelobt. Guckt euch das mal an hier. Das hat ja gar nichts mehr mit Physik zu tun. Hallo? Hallo? Ne, so ist das aber nicht richtig. Ich fahre mal eben nochmal zum Hof und setze die Palette mal mit dem Hoflader runter. Ja, aber wir werden so um die 20.000 Euro mit dem Wagen gemacht haben. Das ist gutes Geld, Leute. Das ist gutes Geld. Wie gesagt, der Hoflader hat sich Bock drauf. Der hat uns jetzt kein Geld gebracht, aber der wird sich auf lange Sicht auszahlen, weil das Verladen schneller geht. Also so aus wirtschaftlicher Sicht wird er sich schon rentieren, aber nach einer etwas längeren Zeit. Aber ich hatte da Bock drauf. Und wie gesagt, den Landwirtschaftssimulator, es ist ein Spiel zum Entspannen, aber man kann auch gucken, und darum geht es ja in diesem Projekt, dass wir versuchen, möglichst schnell finanziell weiterzukommen. Und den Betrieb voranzutreiben. So. Meine Güte, du. Ich hau da jetzt einfach mal von oben, versuche ich mal einfach mal so ein bisschen runter zu drücken. Komm schon. Nee, das klappt nicht. Das Geile ist, wenn ich den jetzt runternehme, das wird auch nicht so einfach funktionieren. Der hängt fest. Hier, der hängt komplett fest. Das ist so, als wäre der fest, das ist so, als wäre der fest mit dem Anhänger verbunden. Oder noch festgezurrt. Also mit dem Spanngurt. Aber ist er ja nicht. Okay. Jetzt hat es geklappt. Da war ein imaginärer Spanngurt. Mein Gott. Naja. So. Und jetzt wieder zum Shop. Gut. Passiert. Macht mal nichts. Aber wieder was gelernt. So. Jetzt mache ich aber ein Spanngurt rum, damit mir die Palette nicht durch die Gegend rutscht. Boah, ich freue mich schon richtig auf den Unimog, Leute. Wir können mal eben gucken. Das interessiert mich, wie teuer der überhaupt ist. Äh, LKW. So. Da, 25.000. Können wir nächste Folge. Mit der Cliffhanger. Nächste Folge kaufen wir ein Unimog. Und es geht dann wahrscheinlich nächste Folge schon mit der Ernte los. Also wir werden jetzt, was ich gleich machen werde noch, ich werde die Gewächshäuser mit Wasser befüllen. Und dann werden wir den Unimog kaufen. Nächste Folge. Also wir werden in dieser Folge noch die Gewächshäuser mit Wasser befüllen. Dann schlafen gehen. Dann gucken wir an, ob wir schon zur Ernte müssen. Und die nächste Folge werden wir uns höchstwahrscheinlich um die Ernte kümmern. Wir werden auf jeden Fall den Unimog kaufen. Und wir werden, ähm, ja, die Silage, die muss auch noch verkauft werden. Die wird nächste Folge, wenn wir schlafen gehen, wird die auch fertig sein. Weil der Gärgrad ist gerade bei 84%. Also die müsste dann auch fertig sein. So. Verkaufen. Ja. Genau 20.000 Euro gemacht um den Dreh. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als 20.000. Richtig, richtig gut. So. 39.000 Euro. Und das heißt geil, wenn wir schlafen gehen, werden ja da wieder neue Erzeugnisse stehen aus den Gewächshäusern. Das heißt, so langsam fließt das Geld. Ne. Cashflow. So langsam generieren wir wirklich Kohle. So. Den Anhänger stelle ich wieder da an die Seite. Weil den kriege ich gar nicht mehr großartig in der Halle da hinten unter. Ich will das auch nicht zu eng stellen. Aber wie gesagt, wir werden in Zukunft ja noch, ähm, den stelle ich hier einfach mal auf die Weide. In Zukunft werden wir, ah, hier abkoppeln. In Zukunft werden wir auf jeden Fall den Hof hier ausbauen. In naher Zukunft. Peu a peu. Wirklich Stück für Stück. Nicht alles auf einmal. Und dann werden wir uns noch eine Halle hier hinzimmern, denke ich. Die Halle, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr die Halle findet. Ich habe die ja nur vorübergehend hier reingezimmert. Aber eigentlich finde ich die ganz cool. Und die passt auch gut hier rein. Ist ja auch, äh, das Niemandsland Mod Paket. Also, ich finde die eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. So, den Salz können wir hier hinstellen. Das passt. Äh, weil die Gewächshäuser wollte ich jetzt mal mit dem Lanz befüllen. Und komm, wir starten eben mal so, wie es sich gehört. So, da steht die Glühlampe unter dem Glühkopf. Machen wir mal an den Hobel. Jetzt dauert es ein bisschen. Und dann können wir über das Lenkrad, was hier in das Schwungrad eingesteckt ist, können wir das Ding starten, das Monster. So, das dauert noch kurz. Oder ich muss die Glühlampe nochmal anmachen. Warum frage ich mich jedes Mal? Ne, ich glaube, ich muss die Glühlampe nochmal anmachen. Jetzt gleich müsste hier ein Schlüsselsymbol auftauchen. Und dann können wir den starten. Für alle, die das zum ersten Mal sehen, man kann den natürlich auch im Spiel, kann man den natürlich auch anders starten. Im Real Life werden diese Glühkopfmotoren so gestartet. So, da ist das Schlüsselsymbol. Jetzt starten wir den Bums. Ich habe gesagt, wir starten den Bums. Hallo. Da ist das Schlüsselsymbol und ich klicke gerade wie ein Verrückter. Aber irgendwie treffe ich den Trigger gerade nicht, glaube ich. Jetzt. Da ist es. Da läuft er. Perfekt. So, jetzt mache ich hier wieder zu. Da Glühlampe ist verstaut. Klappe ist zu. Und da ist der Lanz. Wie gesagt, der ist ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter als die anderen Fahrzeuge. Hier auf dem Hof. Wir haben die letzte Zeit ziemlich viel mit den Deuts gemacht. Da muss der Lanz mal wieder hier bewegt werden. Wie gesagt, in Zukunft möchte ich auch in dem Projekt, dass wir sehr, sehr viele Oldtimer-Mods haben und die dann auch immer mal bewegen. Dass man jeden Tag guckt, jede Folge, ja, was nehmen wir denn heute für einen Schlepper? Ja, das ist der Plan. Aber erstmal müssen wir uns eine gesunde Basis aufbauen, um so viel Geld überhaupt ausgeben zu können. So, ich fange an mit den alten, mit den neuen Gewächshäusern hinten das Wasser reinzufüllen. Und dann gucke ich nochmal, ob die anderen Gewächshäuser auch nochmal Wasser brauchen oder ob da noch genug drin ist. Das ist der Plan. Das Ventil schließt sich übrigens nach einer gewissen Zeit. Das muss man dann wieder auffüllen. Hier habe ich wenigstens die Gewächshäuser mit dem Trigger richtig gesetzt. Aber eine Sache können wir nochmal eben machen. Wenn wir schon mal dabei sind. Land bauen. Dekoration nicht. Malen. Cobblestone, also Kopfsteinpflaster. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. Oh ne, ein bisschen kleiner. Ja, damit das auch passt. Perfekt. Ich glaube, wir können pro Gewächshaus zwei von den Tanks erstmal reinfüllen oder können wir sogar noch mehr reinfüllen. Mal gucken. Wir sind jetzt in dem Blumengewächshaus hier. Hier, das können wir aktivieren. Das ist noch inaktiv. Jetzt läuft die Produktion. Und, ah, hier fehlt auch noch Wasser. Also, hier packen wir noch ein Fass rein. Bei den Pilzen packen wir zwei Fässer rein. Ja, und da machen wir auch noch, ja, also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Wasser holen. Hier kommt jetzt noch ein Fass rein. Pro Gewächshaus machen wir auch noch ein Fass. Also, jetzt noch, äh, nein, anders. Hier kommt jetzt bei den Blumen kommt jetzt hinten noch ein Fass rein. Dann kommen bei den Pilzen zwei Fässer rein. Und vorne wird, kommt auch noch Wasser rein. Damit die Produktionen ja auch weiter laufen. Jetzt bitte lasst das Ventil noch offen sein. Äh, befüllen. Ne, das Ventil geht echt schnell zu. Aber gut, das ist halt so. Kommen wir mal jetzt erstmal die Gewächshäuser vorne. Im Endeffekt ist die Reihenfolge ja egal. Hauptsache, da kommt Wasser rein. Das ist auch der einzige Aufwand, den man hat mit der Produktion. Also, Leute, wenn ihr Projekte habt, ähnliche Projekte oder seid noch am Anfang und wollt relativ schnell Geld generieren mit wenig Aufwand und wenig Investitionskosten, dann haut euch Gewächshäuser hin. Also wirklich, Gewächshäuser bringen Geld mit wenig Aufwand und wenig Investitionskosten. So, hier direkt noch ein Fass rein. Boah, der hört sich aber auch brutal an. Dann bei dem, bei der Blumenproduktion direkt daneben auch noch zwei Fässer rein. Und dann brauchen wir noch drei Fässer insgesamt für hinten. Die kleinen, äh, Gewächshäuser, die haben noch was. So, damit kommt das Gewächshäuser dann auch wieder aus. Könnt ihr sich auch mal überlegen, in Zukunft nochmal irgendwann größeres Wasser fass zu holen. Aber das sieht echt, das ist ein ganz einfacher Mod. Also, da ist nichts Spektakuläres dran vom Aussehen. Aber es ist ja auch ein Wasserfass, ne? Aber es sieht sehr clean aus und sehr cool. Also, das Wasserfass gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt so rum. Da, jetzt wollte ich hier noch zwei Fässer reinhauen, ne? Dann haben wir die großen Gewächshäuser hier vorne fertig. Und dann, wie gesagt, kommen hinten noch drei Fässer rein. Boah, vorsichtig hier mit dem Rückwärtsfahren. Ja, und da ist das Ventil zu. Wieder aufschrauben. Oh, da muss man ein bisschen WD40 dran. Das quietscht. Ico, Ico. Ein sehr meditatives Geräusch. So, das Geräusch vom Lanz Bulldog Motor. Genau. Hier wollten wir jetzt noch ein Fass reinhämmern. Perfekto. So, ich finde, das mit den Blumen ist auch sehr schön gemacht. Also, das Gewächshaus sieht toll aus. Mit dem grünen Holz draußen und auch mit den Blumen da drin. Gefällt mir optisch auch sehr, sehr gut. So, dann die nächsten 2000 Liter geladen. Mal eben zwei Tonnen hier durch die Gegend ziehen. Also, alleine, allein das Wasser, das Gewicht des Wassers. Genau, hier war noch ein Fass nötig und dann hinten noch zwei. Ja, dann haben wir wassertechnisch wieder alles hintereinander. Das ist schon mal schön. Ja, dann hier noch zwei Fässereien in der zweiten Champignon Produktion. Und diese Produktion dann auch starten. Oh, da ist das Ventil schon wieder zu. Aber die 2000 Liter, die schießt der aber auch gut in das Fass, ne? Also, ich möchte mal sehen, dass so schnell so ein Wasserfass voll ist. Also, in real life. Das waren ja jetzt vielleicht 2000 Liter in 10 Sekunden, wenn überhaupt. Das ist ein guter Volumenstrom. Okay, so, dann hier können wir die Produktion auch direkt starten. So, Tür auf. So, hier aktivieren. So, das heißt, hier haben wir genug Wasser. Da haben wir genug Wasser. Hier beim Salat haben wir auch erstmal genug Wasser. Bei den Tomaten sieht es auch gut aus. Hier sieht es super aus. Und hier kommt jetzt noch ein Fass rein. Und dann werden wir mal eben schlafen gehen. Und dann sind wir im Monat Juli. Der erste Erntemonat. Wir haben ja Weizen und Raps gesät. Wir werden aber höchstwahrscheinlich im August ernten. Also, zumindest habe ich das sogar geplant. Dann dürfte der, dürfte ja ertragreicher sein, eigentlich. Oh, das Ventil ist noch auf sogar. So. 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 Dann lassen wir das Wasser fast. Lassen wir auch. Ah, nee. Komm, das fahren wir. Das fahren wir am Ende wieder rein. Ordnung muss sein. Ich wollte das jetzt erst hier stehen lassen. Aber wir haben ja den Unterstand extra dafür geholt, um die Sachen trocken unterzustellen. Oh, oh, oh. Mein Gott, das ist noch kein Drehscheme. Aber jetzt gerade stelle ich mich ein bisschen an mit dem Rückwärtsfahren hier. So, jetzt einschlagen. Jetzt, das muss deine Lücke. Das muss neben unserem neuen Lader. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen reinzoomen. Ja, doch. Da steht es gut. Abkoppeln. Den Lanz, den kann ich auch direkt da unterbringen. So. Job. Also, die Produktion laufen. Bin ich auch nochmal auf Nummer sicher gegangen. Hier sieht man auch die schönen Pilze. Da die neuen Blumen. Und jetzt werden wir in meine Luxusvilla hier einmal schlafen gehen. Zack. Hallo. Ich möchte hier rein. Ich bleibe hier immer hängen. An meiner Tür zu. Damit mich keiner überfällt, während ich schlafe. Und dann hier in das super schöne Bett. Und dann hier in das super schöne Bett. Oh, wie viel Uhr haben wir? Ja, wir schlafen einfach mal bis 8 Uhr am nächsten Tag. Und dann gucken wir einmal ganz, ganz kurz, wie viel bei den Gewächshäusern, also wie produktiv die Gewächshäuser waren. Und gucken uns den Stand der Felder an. Und der Silage. Das machen wir eben noch, bevor wir hier Feierabend machen. Ihr habt ja auch gesagt, ich war mir nicht sicher, wie lang ich die Folgen machen kann. Aber ihr meintet ja, dass ihr auch mal ganz gerne längere Folgen guckt. Also es wird zwischendurch mal kürzere Folgen geben, sowie längere Folgen. So, jetzt gucken wir mal. 100% Gärung. Das heißt, wir können die Silage verkaufen. Das können wir mal vielleicht nächste Folge machen. Ja, wahrscheinlich nächste Folge. Also nächste Folge werden wir nochmal ordentlich Geld machen. Weil wir haben hier vier neue Paletten Pilze. Ich gucke mal eben, wie es um Wasser für unsere Produktion jetzt bestellt ist. Es ist ja im Monat jetzt gewesen. Also merke, die Pilze und die Blumen, die verbrauchen richtig viel Wasser. Diese kleinen Gewächshäuser verbrauchen gar nichts. Gefühlt gar nichts. Also die produzieren aber auch wesentlich weniger gefühlt. Also die Blumen und die Pilze, die brauchen neues Wasser. Das heißt, hier haben wir fünf Paletten. Hier haben wir vier Paletten. Ah ne, hier vorne, ich habe mich verzählt. Hier vier Paletten. Hier vier Paletten Blumen. Dann haben wir hier eine Palette. Unser erster Salat ist fertig. Dann wieder eine Palette Tomaten. Also ich korrigiere. Falls, wenn ihr Produktion startet bei Null auf, dann hier mit den Gewächshäusern. Mit den Blumen und den Pilzen Gewächshäusern. Hier vier Paletten und da vier Paletten. Leute, wir werden richtig Kohle machen. Nächste Folge. Das heißt, nächste Folge auf jeden Fall Silage verkaufen. und hier die Paletten verkaufen. Und wir gucken mal auf die Felder. Die Felder sind noch nicht erntereif tatsächlich, sondern noch im Wachstum. Im Wachstum, aber in der allerletzten Wachstumsstufe. Das heißt, im August werden wir ernten. Das heißt, nächste Folge Silage verkaufen, die Paletten verkaufen und den Unimog kaufen. Ja, also ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, das Video, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Immer gerne Kommentare, aber das macht ihr fleißig. Und wer es noch nicht getan hat, und das sind die meisten von den Zuschauern, könnt ihr sehr, sehr gerne kostenfrei diesen Kanal abonnieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Tim. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.